Im Nachttierhaus gibt es seltenen Nachwuchs, der noch viel lernen muss. Klettern, fressen und wo das Gehege endet. Also ich mache jetzt mal die Scheibe sauber, ein bisschen, damit man besser durchschauen kann. Wir haben die extra eingekalkt, damit die junge, die jetzt irgendwo in der Röhre sitzen, wenn die das erstmal rauskommen, nicht gegen die Scheibe springen, dass sie das als Revierbegrenzung sehen. Moholi-Galagos oder, naja, vermutlich einfacher auszusprechen, Bush-Babys sind afrikanische Feucht-Nasen-Affen mit einigen besonderen Fähigkeiten. Sie können schreien, springen und sich prima verstecken. So, das reicht. Ich werde dann gleich mal kontrollieren, wo die sich befinden, aber erstmal verteile ich die Futter. Tieren. So, ein paar Mehlwürmchen. Noch ein paar Heuschrecken. Jetzt werde ich einfach mal kontrollieren, wo sich die Tiere befinden und ob es denen auch gut geht. Ich fange jetzt hier mit der Röhre an. Ob sie sich hier drin befinden. Nein. So, mal gucken. Die ganze Zeit waren sie hier im Baum drin. Auch nix. Dann sind sie bestimmt da oben. Psst, Astrid. Ich sehe was, was du nicht siehst. Nein, doch nicht. Ich habe mich getäuscht. Das ist ja das Gute bei uns, dass wir denen ganz viele verschiedene Möglichkeiten anbieten. Das macht es uns natürlich ein bisschen schwieriger, zu finden, wo sie dann sind. Aber hier ist auch keiner. Dann vielleicht hier. Da sind sie. Hallo. Gute Nachgehen. Alles klar. Alles klar. Die Baby ist auch da. Oder seid ihr alleine? Und dann geht's mal gucken. Mal gucken. Okay. Hier sind sie auf jeden Fall drin. Aber die quetschen sich immer so zusammen, dass man nicht sieht, wie viele Tiere genau da drin sind. Ob es jetzt alle sind? Hallo, das ist auch eine. Da die ja nachtaktiv sind, dauert es jetzt nicht mehr lang, weil die ja unsere Nacht anfängt, dass sie jetzt gleich rauskommen und ihr Frühstück holen. Dann lasst sie jetzt auch mal alleine, in der Hoffnung, dass sie dann auch rauskommen. Es wird nämlich langsam Zeit, endlich die ganze Familie Moholi-Galago kennenzulernen. Papa, Mama und zwei Kinder. Jetzt ist gerade die Mama rausgekommen und hat ein Baby im Maul. Das weiß natürlich nicht, wohin damit, ob sie das jetzt in die Röhre ablegen soll oder in die Röhre. Wer die Wahl hat, hat eben die Qual. Das gilt auch für Moholi-Galagos. Man sieht richtig, wie sie guckt halt, welche Röhre am besten geeignet ist. Sie kann sich aber nicht entscheiden. In der Natur ist das nicht viel anders. Auch dort müssen die Tiere wählen zwischen selbstgemachten Blätterbauten, verlassenen Vogelnöstern oder eben Baumhöhlen. Man kann richtig sehen, wie unschlüssig sie ist. Sie weiß echt nicht. Ach, hier oben. Jetzt ist sie hoch in die Röhre gesprungen. Die haben mehrere Versteckmöglichkeiten und sie wechseln immer mal, wo sie sich am wohlsten fühlen. Und es ist immer so, wenn sie halt ein Jungtier irgendwo hingeschleppt hat, dann kommt auch das nächste nach. Die putzigen Primaten sind allesamt waschechte Frankfurter. Schon die Eltern kamen vor drei Jahren hier am Main zur Welt. Doch unser hektischer Rhythmus ist ihnen fremd geblieben. Wenn wir wach sind, schlafen sie. Deshalb hat man im Frankfurter Nachttierhaus die Zeitenfolge einfach auf den Kopf gestellt. Jetzt haben sie die richtige Nacht erreicht. Und jetzt sind sie natürlich mit dem Frühstück beschäftigt. Die Jungtiere sind jetzt sicher oben in der Röhre drin. Und wenn man Glück hat, sieht man nochmal, dass die Mutter denen schon Insekten hochbringt in die Röhre, weil die schon so langsam mitessen. Aber so sieht alles ganz gut aus. Und so sind alle zufrieden. Die Pflegerin, weil die Buschbabys gesund sind. Und die Buschbabys, weil sie nicht mehr gestört werden. Und wir, weil wir neue, drollige Kerle kennengelernt haben. Die sich aber, sorry liebe Kinder, leider nicht als Haustiere eignen. Denn Moholika-Lagos neigen dazu, ihr gesamtes Territorium mit Urin zu markieren. Außerdem kann sich sowieso keiner ihren Namen merken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017